Linus, du Mäppchen, hier, dein Taschengeld. Oh, so viel, so viel kriegt nicht mal Wolfgang Scholz. Olaf. Ich heiße Linus. Guten Tag, Pascal Zweckert vom Kinderfinanzamt, hallo. Was will der Tiefsee tauchen? Keine Ahnung. Die Steuern sind fällig von der kleinen Fußsuche. Gib mir mal das Geld. So, fahren Sie ein Fahrzeug? Ich hab ein kaputtes Bobbycar draußen stehen. Ah, sogar unerlaubt geparkt, das notiere ich. Haben Sie Bankkarten? Nee, aber Pokémonkarten. Eieiei, Langzeitinvestments, das müssen wir natürlich auch aufschreiben. Letzter Punkt, das war's hier an liquiden Mitteln. Liqui- Hm, was? Geld. 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 Ja. Meine Oma hat mir letztens 20 Euro gegeben. Eine nicht deklarierte Schenkung, oje. Gut, nach allen steuerlichen Abzügen bleiben Ihnen 22 Cent. Das sind ja nicht immer 5-Center-Schocks, das war's. Nein, natürlich nicht. Und auch eine halbe Gurke. Hm, stimmt wirklich.